Welcome to Coast Gravity Park Servus Leute, und was geht? Wir sind wieder 6 Series Erster Tag auf dem Big Bike in Kanada Genau, genau Wir sind im Coast Gravity Park Abartig, mega geiler Park Wir kennen ihn von vielen Fotos, vielen Videos Und wir sind heute hier, erster Tag Und ja, heute shredden wir mal gescheit im Park Also wir haben schon ein bisschen was gesehen anspringen Und zwar ist es zwar mega trocken und staubig Weil es schon ewig nicht mehr regnet hat, aber es wird geil Und wir nehmen euch mit, viel Spaß So, Leute Wir nehmen uns die schwerste der schwersten Lines raus Genau, und zwar die White Black Course Double Black Pro Line Alter, auf geht's So Die Fabio cruised vor Ziemlich geil, weil sie extrem flowig Stopp, stopp, stopp Stopp, stopp Ich glaube, den müssen wir nochmal normal filmen Ja Also Joooo 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 Die wissen schon, wie man Strecke baut So, jetzt hau du den runter Joooo 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 Jw Juhu! Wieder, wieder, wieder! Währenddessen... Jetzt bin ich ein bisschen aus der Pusche vom Aufenschirm, aber währenddessen probiert Elias jetzt No-Hand-Landing nur rauf. Ah! Alter! Also nur mal. Ja! 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 Geiler Scheiß, Alter! Juhu! Sehr geil! Alter, das war jetzt aber knapp vor dem wieder hingreifen. Jetzt hast du fast fast wieder hingegriffen. Jetzt darf ich nochmal probieren. So, jetzt Fabio nochmal mit Manual Landing 2 Backwards. Let's go! So, jetzt aber. Ah! Juhu! Weiter geht's! Haha! Noch weit auf! Weitsprung! Das schreit nach einer Challenge! So, Leute. Wir haben jetzt einen Step Up gefunden. Von da. Bei einer. Perfekte Landung. Und jetzt kurzes Game. Wer weiter sendet. Okay, ich bin gespannt, dass der Fabio vorliegt. Here we go! Yo! Yo! Ja, aber ich weiß nicht, woher du gesprungen bist, ehrlich gesagt. Ist das eine Spur? Also Leiland da war das Hinterradl Yes, also dein Turn, senden Alter, aber er war ich glaube ich 20cm kürzer Ja, der kürzer war der Ja, also er muss ziemlich genau da her gewesen sein Wir haben uns das kurz angeschaut, ehrlich gesagt kann man nicht genau sagen wer weiter war Egal, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und jetzt senden wir es noch ein bisschen Auf gehts! Genau zum nächsten Spot, here we go Ready? Jetzt gehts, ich verriere jetzt so leider nicht aus Woah, 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 woah Fuck Ihr wisst wie ihr nicht macht Sand it Yeah So Ja Die zwei größten Sprünge eigentlich im ganzen Track Mega geil So Leil, wir feuern jetzt mal über die zwei Sprünge da Echt mega geile Sprünge Feuern wir jetzt mal Vips raus Also Elias fängt an, bin mal gespannt was er raus hat Let's go Auf gehts! Wir haben noch ein paar Sprünge Ein, zwei Sprünge Und da schauen wir jetzt mal hin, die sind auch noch richtig geil Also bis jetzt wollen wir jetzt die Strächen sein echter Hammer Let's go Jetzt finde ich kein Hand Ride Challenge Ah, ihr habt ja noch nicht greifen müssen Ja, ihr habt's noch Ja 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 Alter Boah, jetzt hätte ich die fast zusammen genietet Jetzt gehts Jetzt gehts Zu den Sender Sende Let's go Seconde Part Alter, da ist sogar ein Totenkopf oben Aber Angst Jetzt fahren wir uns runter Ab gehts Da muss man immer ein bisschen aufpassen Weil der Fabio Der springt so langsam Und Wenn ich hinter ihm fahre Juhu Wie geil ist der Step-Up Wie geil ist der Step-Up Geil aber Ich würde sagen, da können wir ein bisschen über sein No-Hander her machen So, wir sind beim letzten Step-Up Beim letzten Sprung fürs Video Und zwar schaut euch das mal an Richtig geiler Step-Up Take-Up Take-Off Landung Und die Landung richtig smooth Also da können wir mit einem gescheiten Speed rein Und ja, jetzt probieren wir Jetzt probieren wir ein paar No-Hand Sachen Elias und ich Elias glaube ich versucht No-Hand zu No-Hand Und ich werde vielleicht mal probieren No-Hand zu Manual Mal schauen, ob das funktioniert Oh, ja Alter, gestört Geil Der war echt gestört Der ist geil Richtig fett Geil Also das erste Mal, dass ich so was probiert habe No-Hand zu No-Hand ist echt gestört Ziemlich gut funktioniert Aber ich glaube ich hätte der erste nicht so weit ausgezogen Ja, den hast du ziemlich lange gehalten Irgendwas mit No-Hand Und zwar No-Hand to Manual Heute bin ich irgendwie in Manual-Stimmung Also ich würde immer no hand to manage. Aber man muss schon mal sagen, also der Step Up, der macht mega Bock. Mega. Mega geil. Also, let's go. Auf geht's. First try! Sick, Alter, der war echt stark. Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass es den herhaut. Pass, let's go. So Leilen, was für ein geiler erster Tag im Coast Gravity Park. Hat echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Genau, die Pro-Line, die ist echt abartig geil. Mega geile Sprünge und auf jeden Fall, ja, macht mega, mega Laune. Ja, das war's. Zweite Video da von Kanada. Ziemlich, ziemlich geil. Echt geil, ja. Ich würde sagen, schaltet es das nächste Mal wieder ein. Also es gibt noch eine zweite Folge vom Coast Gravity Park. Echt ziemlich, die wird richtig geil. Und schaltet es da wieder ein. Bis dahin. Ciao. Danke fürs Anschauen. Tschüss.